Hallo zusammen, hier ist der MetalStorm am helllichten Tage. Man glaubt es kaum zur besten Postzustellerzeit. Ich hoffe es klingelt jetzt nicht, weil dann wird es eine abruptes Ende geben der Folge, weil naja, vielleicht kommt wieder ein Paket. Ich drück mal und hoffe. Ich denke mal, ich werde demnächst ein neues Modell noch beginnen. Ja, der Wahnsinniger. Aber wir packen jetzt mal erst mal die Folge 35 aus, der DeLorean. So, was haben wir jetzt da? Wir haben ein, naja, nicht ganz knitterfreies Heft, egal, mit zwei Radkästen. Jetzt ist das Wort wieder präsent. Radkästen sind das, genau. Keine Bauanleitung, nein, man hat es überblättert. Ein neuer Look für Hill Valley. Okay, wir wollten keinen tollen Start, in dem die Menschen alle uniformiert rumlaufen. Okay. Und dann hier 2,15. Na ja, gut. Jetzt haben wir 2,18. Schaut mal raus, wie die Welt heute aussieht. Die Jacke ist interessant. So hat man damals gedacht, könnte das aussehen. Okay. Okay. Claudia Wells. Ja, wir alle werden älter. Okay. Aber ich würde mal sagen, wir bauen und schauen wir nochmal kurz. Nächste Folge kommen die Radkastenträger ran. Okay. Okay. Das kommt auf uns zu, wie der Nagel in den Schuh. DM-Schrauben. Was ist links, was ist rechts? Ja. Auf jeden Fall schraubt man die Radkästen hier vorne dran, an den Kofferraum sozusagen. Da kann jetzt nichts schief gehen. Schief gehen kann nur, dass ich die Teile nicht rausbekomme. Lululul. Na. Ist es denn möglich? Schönes Metall. Gott sei Dank kein Plastik. Gibt zwar ein paar Auswurfmarken, aber ich glaube, das ist nicht relevant. So, hier ist ein L drauf, ein L, ein L, ein L, gibt mir ein L und hier ist ein R drauf. So, was ist nur rechts? Genau, genau, so rum. Ja, es kommt da drüben drauf und das kommt rechts, das kommt hier drauf, oder? Passt das, oder passt das? Irgendwie. Irgendwie. Wie ist das jetzt nochmal? Wenn man jetzt drinnen sitzt, ist das links und das ist rechts. Mach mal Spaß, mach mal andersrum. Öh, das sieht voll scheiße aus. Ach so, warten wir. Äh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist ja voller Krampf. Also verkehrt machen könnte da nichts. Wir haben jetzt nochmal die Ansatzprobe gemacht. Ihr könnt nichts falsch machen. Das passt nur so. Ihr braucht nicht die Markierungen suchen. Das, das ist unerheblich. Schon mal eine tolle Sache für jeden Anfänger. Verwechslungsgefahr nicht möglich. Schauen wir das schnell an. Und dann ist es gut. Scheinbar haben die gelernt, weil man hat nicht mehr so die Probleme mit den zugekleisterten, wo man die Schrauben reindreht. Und man hatte Probleme, die richtig reinzubekommen. Kaum erwähnt ist, schon geht es los. Die Schraube geht schierlich rein. Ist es schief oder nicht? Mal gucken, ob das der Akkuschraube kann. Auch der versagt. Ne, das Ding war schon ein Anschlag. Das, äh, das war, das ging schneller als gedacht. Problemloser als gedacht. Mal ein Stück das Ding hier herholen. Naja, das hält. Das ist fix. Jetzt machen wir das auch noch fix. Und dann machen wir vielleicht noch, wenn das das war, gleich die nächste Folge eventuell. Ja, weil der Tag ist noch jung und die Schraube hat einen Sprung. Naja. So. Was sieht man jetzt eigentlich in der Kamera? Wahrscheinlich gar nichts. Weil die Schraube liegt ja hinter dem Radkasten. Sorry, aber ich habe keine Lust, das Ding jetzt rumzudrehen. Da muss ich erst in die Muggibude, weil das Ding wird immer schwerer. Und wenn du das Ding 27 mal rumdrehen musst, irgendwie, nö. Irgendwann ist gut. Hält. 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 Bombenfest. War es das schon? Mal gucken. Ja, das war es. Na gut. Das würde ich mal sagen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bei Metal Story extrem mit der Wartung. Tschö.